Welche Spieler werden am meisten gehypt? Ich zieh mir die Top 3 rein auf jeder Position. Ich bin Kessem, euer Liga Insider und ich feiere das, wenn ihr richtig Liebe da lasst. Also macht mal hier richtig Alarm, Like, Abo und dann gehen wir rein ins Video. Der Kicker Interactive Bundesliga Manager ist an den Start gegangen und ich spiele das schon seitdem ich klein bin. Anfangs erst den Classic und dann bin ich auf Interactive umgestiegen und 130.000 Bully-euphorisierte Manager sind mit dabei. Und die Top-Listen wurden jetzt revealed. Also hier ist eine riesen Schwarmintelligenz. Und was haben die natürlich? Die haben ihre Favoriten. Und die checken wir mal heute aus. Wir streichen die Auffüller, wir streichen die Torwartpaare und klar gibt es auch ein Budget. Da würde ich anbringen, wenn das ein Budget-Pick ist, dass ich den nochmal nenne. Aber im Kern geht es darum, alle hatten genug Budget und wer wurde gepickt. Das schauen wir uns an und das ist hier die Wichtigkeit. Also hier trifft wirklich Hype auf Qualität. Und ich habe auch ein paar Knöpfe heute mitgebracht und ich drücke hier mal direkt den ersten für diese Position hier. Das Tor. Yes, Sir. Und wir starten mit Robin Zentner. Den haben sich über 15.700 schaulustige Manager, haben da das Vertrauen auf seine Künste und haben den in die Kiste gestellt. Ja, Mainzer Aufschwung spielt sicher da eine Rolle. Und die Hoffnung, dass er einige Fehler aus der Vorsaison, Fehler vor Gegentor abstellt, hatten wir auch schon im Rückblick im Mainzer Teamcheck. Ja, haben das sicherlich auch so gesehen. Und ja, finde ich ein solider Pick. Auch generell managerübergreifend finde ich, da ist ein guter Mann. Und so kann man, denke ich, cool durch die Saison gehen. Dann haben wir die zwei Timon Weiner. Und das ist der Torhüter hier vom Holstein Kiel. Also hier jeder sechste Manager geht hier auf den Kieler Mann. Ja, finde ich okay. Aber warum? Natürlich, der kriegt viel auf die Kiste. Der kriegt aber auch viel in die Kiste. Das war so mein Take auf den. Deswegen habe ich den zum Beispiel auch gar nicht. Gemessen auch an unserer Tabellenprognose, hatte ich den ja auf vorletzten Rang gerankt. Die Kieler Störche und unsere Schwarmintelligenz aus der Liga. Jetzt hat er Academy sogar auf den letzten Platz. Also hier wirklich mutig. Die Manager gehen dann doch wirklich mit den Paraden über die Gegentore. Das finde ich ist hier auf jeden Fall ein spannender Pick. Hat natürlich jetzt den Albtraumstart mit Elfer verursacht. Aber ja, zeigen hier viele sehr viel Mut. Und die Eins, sehr, sehr krass. Da mache ich ja auch mal einen Sound-Swoosh. Artu Bolu. Über 42.000 picken den Freiburger Goalie. Ja, ich sage mal geil. Also absolutes Torwart-Talent. Und ich bin hier 100% auch bei den Usern. Ich habe den selber natürlich auch genommen. Also Freiburg sehr beliebt auf jeden Fall. Auch bei der Kicker-Community. Und das kann hier zwei Gründe haben. Einmal natürlich bekommt er viel auf den Kasten und kann sich da sehr gut auszeichnen. Und dann rechnen wohl auch viele. Wir haben sie auch sehr hoch gerankt. Ich habe sie auf 10 und unsere Academy auf der 7. dass die auch viele einige zu Null-Spiele machen. Dass der immer mal mit einer weißen Weste davon reitet. Also richtig, richtig cooler Pick hier. Der wird sich oft auszeichnen. Artu Bolu. Auch ein junger Knabe hier mit 22. Und auch schon die Unazios durchgespielt. Er geht den nächsten Step. Ja, also Robin Zentner. Cooler Pick. Kann man auf jeden Fall machen. Timon Weiner sehr, sehr mutig da. Viele Manager unterwegs. Und absoluter High-Pick hier. Artu Bolu. Sehe ich auch sehr, sehr gut. Jeder dritte Pick den. Also das ist schon ziemlich krass. Krasse Aussagekraft hier. Und ja, das war das Tor. Wir gehen mal weiter mit... Die Abwehr. Ja, wir sind in der Abwehr. Mit Platz 3. Das ist Piero Hincapie. 22.594. Finde ich mega. Finde ich richtig, richtig geil. Das ist für mich einer der Picks hier in der Abwehr gewesen. Ich habe nämlich auch gelesen. Bayer Leverkusen will Hincapie nicht verkaufen. Schreibt mir unser Redakteur Ali. Und der muss es wissen. Von daher ein super Season-Pick für mich. Ich habe jetzt heute auch schon gehört hier von dem Bayer-Insider aus der VA-Gruppe. Dass Kossonu den Verein verlässt. Also das stärkt auf jeden Fall auch seine Position. Bilossian ist natürlich auch am Start. Aber er ist natürlich schon so der gesettelte Mann. Und ich glaube auch, dass Xabi Alonso erstmal seine Bully-Starter erstmal so beisammen hält, um einen stabilen Start erstmal auszuspielen. Und deswegen genießt er hier auf jeden Fall das volle Vertrauen. Finde ich, ist ein richtig, richtig starker Pick. So, dann mal die zwei. Da haben knappe 25.000. Und gehen mit Rasmus Christensen. Christensen heißt, also die Frankfurter ja richtige Zweikampfmonster sich hinten für die Defense geangelt. Auch mit Theater. Also sehr verstärkt hier. Christensen ist erstmal A gesetzt. Der ist B auch ein Zweikampfmonster. Und C, wenn wir Serious Sam noch hier im Ohr haben, dann könnte er aufgrund der Trikotnummer auch so ein paar Hinti-Vibes schon auslösen. Also, sehr, sehr cooler Pick. Und D, Frankfurt sehen wir ja auch oben. Also Academy und ich sehen die auch auf der 6. Also die könnten da auch ein paar coole Games stealen. Und er könnte da definitiv auch ein paar Punkte rausjagen. Sehr, sehr gut. So, und die 1? Das habe ich gar nicht verstanden. Das ist Mohamed Simakon. Den Picken hier 26.590. Hä? Also fast jeder Fünfte nimmt den. War jetzt auch nicht super billig. Also Preis hatte da jetzt auch kein Must-Buy-Schild irgendwie umgehängt. Und ja, also Leipzig ist für mich voll in der Verteidigerposition. Der kann natürlich mehrere Positionen innerhalb der Verteidigerkette bekleiden. Ist jetzt auch gestartet als rechter Verteidiger. Kam dann aber auch raus nach 55 Minuten. Rutscht jetzt wieder rein für Orban. Ja, also da gerne mal. Vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der den aufgestellt hat im Kicker-Interactive-Manager-Spiel. Würde ich mir gerne mal die Begründung durchlesen. Also wenn den hier so viele picken, dann muss man das ja eigentlich schon believe the Hype eigentlich, oder? Dann muss ja stimmen, oder? Also finde ich schon gewagt. Aber vielleicht wissen die mehr. Vielleicht ist da der eine oder andere Insider auch dabei und hat den ganz fett auf dem Zettel. Also wir notieren uns den mal hier. Und der kriegt jetzt auch erstmal den Topspiel-Alarm von mir. Denn der darf jetzt auch erstmal schön nach Leverkusen reisen. Also Simakon auf der Eins. Ja, nicht unumstritten, sag ich mal so. Ja, Hincarpie, cool. Dann haben wir Christensen, Monster. Und Simakon. Vielleicht weiß einer da mehr. Aber auf jeden Fall krasser Hype für ihn. Vielleicht macht er den nächsten Step. Ja, wir machen jetzt erstmal den nächsten Step mit der nächsten Posi. Das Mittelfeld. Das ist das Mittelfeld. Und da springen wir jetzt mal rein. Mit Enzo Mio. VfB Stuttgart. Den picken hier fast 30.000. Also ein Viertel der Interactive-Zocker spielt den auch das Jahr. Also der hat einen geilen Olympia gezockt, der gute Mann. 22 Jahre. Der hat aber auch Silas und Toureda als potenzielle Backups. Aber wenn 30.000 zu mir nacheinander sagen, Kessem, Enzo Mio, Stammspieler, der ist es, dann muss es ja auch da passen, oder? Also den haben wir jetzt auch erstmal in der VA, habe ich gerade gesehen. Spannend. Spannend auch hier. Also wirklich hier auch eine kleine Hype-Train von der Kicker-Community. Dann würde ich mal sagen, let's a go Enzo. So, die zwei. Ja, das ist ein absoluter Hype-Pick. Aber das ist auch wirklich Trust the Hype. Also da bin ich 100% dabei. Pascal Groß. 34.674 picken den. Geil. Also mehr als ein Viertel der Leute nimmt den. Finde ich mega nice. Vielleicht für mich der Spieler der Saison. Ich sag, ich packe euch auch nochmal hier die Insider-Picks von unserer Redaktion in die Shownotes. Denn da haben wir auch schon auch den ein oder anderen Fanboy, Fanliebling aus der Redaktion. Wir haben einmal Svenno, unseren Datenmeister und Podcast-Chef. Ali haben wir aus der Redaktion und auch Pöti, unseren BVB-Insider. Ich packe das Insider-Doc nochmal rein. Hatten wir schon im BVB-Teamcheck. Da haben sie mir alle auch schon den Groß ganz heilig nominiert. Und der hat direkt auch mal für Furore gesorgt. In Spiel 1, da auch mit einem schicken Assist auf Bino Gittens. War dann aber natürlich auch mehr die Einzelleistung. Aber wir haben auch schon gesagt, der wird links und rechts die Leute da. Box-to-Box-Monster. Wird er in Szene jagen. Hat er schon gemacht. Also Hype Liga-Insider. Aber auch Hype Kicker. Und ich glaube bei Are You The One würde jetzt hier ein pinkes Licht angehen für Perfect Match. Aber wir sind ja hier nicht bei RTL+. Deswegen mache ich mal hier den Steinklopper an. Denn der wird quasi, ich sage mal, Goldfelsenpunkte, wird er ins Team hageln. Da bin ich felsenfest von überzeugt. So, und dann mache ich jetzt hier mal den Trommelwerbel für Platz 1. Digi, das ist einfach Paul Wanner. Und klar, ich muss ja zusagen, das ist ein, ich sage mal, kleiner Budget-Pick. Aber fast 38.000 Jungs und Mädels spielen hier den 18-jährigen Wunderknaben. Also das finde ich schon, das finde ich schon krass. Klar, der war günstig, aber ist auch mutig. Und fast ein Drittel der Community sieht hier was und wird auch direkt belohnt. Hier mit dem Tor vom Kiez. Da lag ich ja mit meinem Tipp am Freitag auch Gold daneben. Und ja, ist er der nächste Star in Heidenheim? Beste nach Lissabon, Kleindienst und Dingchi innerhalb der Bundesliga gewechselt. Könnte ein richtig, richtiger Stil werden hier. Haben wir erstmal notiert hier. Match-Winner-Wanner. Ja, Mio, mutig und cool. Groß ist der Game-Changer in Dortmund. Und Wanner ist auch der Game-Changer. Also Fadi hatte ihn auf jeden Fall auch bei den Insider-Picks dabei. Das ist auch unser Podcast-Host. Und Mario aus unserer Community hatte ihn mir auch versiegelt. Paul Wanner ist the next big thing in Heidenheim. Geil. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rein. Der Sturm. Yes, sir, der Sturm. Ja, da haben wir einige heiße Spieler. Und da starten wir mal direkt mit der Nummer 3. Und das ist Harry Kane mit 27.667 Usern. Also hier auch guten Viertel dabei. Nimmt die Bayern-Lokomotive. Ist so ein bisschen die Safety-Variante natürlich. Teuerster Spieler auch des Spiels. Und ja, tatsächlich ein paar mehr als Seschko. Der ist nur auf der 4. Ja, super. Letztjahrespunkte abgeworfen. Das ist definitiv auch ein guter Indikator immer. Und hier sind sich die Leute sicher. Also, dass Bayern auch wieder oben landet. Da erwarten wir sie eigentlich auch alle. Finde ich aber eher krass, dass denen doch dann so wenige picken. Also hätte ich jetzt schon gedacht, dass denen mehr nehmen. Aber dann gehen da wohl eher welche in die Breite. Auch das finde ich eine spannende Beobachtung. Hätte ich mit mehr Usern, mit mehr Community-Push hier gerechnet. So, Platz 2, Keke, top. Ja, alles top in den Bremen. 38.000. Über 38.000. Nimm den hier. Preis-Leistung war natürlich auch top. Passte auch mit dem Namen. Kostet ganz wenig. Das ist natürlich auch ein Pusher hier. Aber ja, also finde ich schon mutig, dass hier fast ein Drittel der Community den nimmt. Könnte natürlich jetzt auch schnell wieder rausrücken. Ich sag mal, da sind ja auch mitten Jinma, Schmid und Duxas natürlich auch da heiße Jungs vorne drin. Ja, also finde ich cool. Ich mag eh junge Spieler in der Bundesliga und zu sehen, wie die sich entwickeln. Und Keke, top, da könnte wirklich den nächsten Schritt hier gehen. Bei Werder Bremen. Find da cool, dass die Community vom Kicker da auf jeden Fall riesen Vertrauen in den Jungen hat. Sehr, sehr geil. So, und die 1. Ja, das ist er hier. Hugo Ikitike. 55.000 nehmen den. Also das ist hier Overall. Geht direkt auch hier die Sirene hinten an. Das ist Overall hier die Maschine. Das ist ja der Maschinen-Pick. So viel User nehmen hier keinen anderen Spieler. Und finde ich schon krass. Also das ist, finde ich schon, ist eine Aussage. Wir sehen die Frankfurter, wie gesagt, auch stark. Generell in der Saison, in den Prognosen. Und ja, fast die Hälfte zockt hier mit Hugo. Rechnet doch da nochmal mit einer Punkte-Explosion. Hat ja nochmal in den letzten 5 Games, hat er ja nochmal jeweils einen Scorer geliefert in der letzten Saison. Und ich wollte mich da nicht zu sehr committen. Ich habe den nämlich schon in ganz vielen anderen Spielen. Aber ja, der kommt hier wirklich auf seine Kosten. Die Kicker-Community steht auf jeden Fall hinter dem Franzosen. E-Ki-Ti-Ki-Wert rasieren. Ja, und ich habe hier immer mal mein Team schon anklingen lassen. Ich blende euch das hier auch einfach mal ein. Ich bin da hinten drin in der Scheune. Habe ich auch mein Torwart-Paar aus Freiburg geparkt. Bin ich auch hier mit Müller und Arthur und natürlich Hut als dritten Mann unterwegs. Dann habe ich Hincapi hier natürlich auch. Hier unser Platz 3 aus der Verteidigung. Dann haben wir das Mittelfeld natürlich mit meinem Anführer. Hier Top-2-Pick Pascal Groß. Und vorne habe ich natürlich Big Tor, Bonnie Face, Adamu. Das ist so mein, könnte auch ein Überraschungsspieler werden der Saison. Finde ich auch spannend. Und dann Happy Harry natürlich auch. Kane, ich gehe hier mit der Sicherheitsvariante. Ich brauche die safen Punkte. Und Kane ist da mein Mann. Ich sage nochmal, Adamu, der kann richtiger Stil werden. Finde ich auch richtig geil. So, meine Liga, die grüße ich auch nochmal ganz lieb. Das ist der Sauna-Club Eimsbüttel. Liebe Grüße hier ins WhatsApp-Fenster. Und da bin ich erstmal auf die 4 eingelaufen. Aber da kann ich euch auch schon sagen, den Luigi, die Pümpel, den hole ich mir auch noch. Dem mache ich noch die Bude heiß. Ja, Leute, hättet ihr das gedacht? Sima Con auf der 1? Also finde ich schon Wahnsinn. Die Kicker-Community auf jeden Fall da. Fährt da einen spannenden Ansatz. Dann würde ich sagen, blende ich euch nochmal in den Shownotes den Kicker-Manager-Interactive, den Link dazu, auf jeden Fall auch noch einen. Dann könnt ihr da noch teilnehmen und euch mit 130.000 Bundesliga-Verrückten messen. Ich schicke euch hier nochmal die beiden Videos. Die Gewinner des Spieltags. Spieltag 1, die gibt es hier. Und dann noch die Playlist. Die haue ich hier noch mit rein. Das ist die Playlist für unsere Bundesliga-Team-Checks. Und dann bin ich raus. Wünsche euch einen richtig, richtig schicken Satz. Tschüss.